Musik Weiter geht es im Programm mit dem nächsten Musikverein und zwar ist es die Stadtkapelle Freistadt. Die Stadtkapelle Freistadt ist der Josef Marder-Kreiner und die Kapellmeisterin ist die Marlis Bart Wiesenberger. Sie treten an in der Leistungsstufe E und wir hören die Märsche Ruetz und Schloss Leuchtenburg. Für das Showprogramm, das wir von Ihnen sehen werden, nehmen Sie ein Highlight des heutigen Jahres zum Anlass und zwar feiert die Stadtkapelle 70 Jahre Bestandsjubiläum. Und obwohl die Stadtkapelle höchstwahrscheinlich eine wesentlich längere Geschichte hat, ist es der jetzige Verein, der vor 70 Jahren gegründet worden ist. Und daher steht das Jahr 2019, das heurige Jahr, im Motto 70 Jahre Stadtkapelle Freistadt. Das Motto zieht sich durch das gesamte Jahr der Stadtkapelle. So ist der Ball der Musik bereits unter diesem Motto gestanden und auch das Frühlingskonzert hat ebenfalls die 70-jährige Bestandsjubiläum zum Anlass genommen. Das ist der Ball der Musik. Das ist der Ball der Musik. Das ist der Ball der Musik. Wenn der Showprogramm 70 Jahre starke Bälle möchte, die starke Bälle auch gleich eine Einladung aussprechen. Großen Jubiläumsfest! Die starke Bälle möchte eine Einladung aussprechen zum großen Jubiläumsfest, das da stattfindet am 31. August im Renterkompetenzzentrum Freistaat. Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank für die Defilierung und herzlich willkommen in Kaltenberg, die Stadtkapelle Freistaat mit Startführer Josef Malak-Reiner. Die Stadtkapelle wird nicht neu antreten, sondern sobald die Stadtkapelle zurückmarschiert ist von der großen Wende, wird als erstes oder die erste Figur marschiert. Und zwar wird es sein ein 70er. Untertitelung. BR 2018 Startführer gibt das Zeichen für das Showprogramm. Schau, bei geht die erste Figur. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der 70er ist fertig und es folgen die nächsten Symbole und zwar wird ein Weinglas und eine Weinflasche werden gebildet. Und der Inhalt der Weinflasche werden dann sein, die Staffführer und die Marketenderinnen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt ist das Glas und die Weinflasche gebildet. Und als nächstes muss natürlich der Jahrgangswein der 70-Jährige eingeschenkt werden. Das heißt, der Inhalt der Flasche wird in das Glas eingeschenkt. Dann wird es auf den Geschmack kommen durch dieses Einschalten und möchte die Startgebelle ganz herzlich einladen, am 31. August 2019 das 70-Jährige Jubiläum zu feiern. Und natürlich gibt es ab jetzt die Möglichkeit für dieses 70-Jährige Jubiläum Getränkebässe bei den Musikerinnen und Musikern zu erwerben. Die Startgebelle freut sich jetzt schon auf ein gelungenes und gemütliches Beisammensein. Zum Ende der Show werden jetzt noch die Figuren aufgelöst. Es wird wieder der Marschblock eingenommen und das D-Programm abgeschlossen. Musik 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 Musik